Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangift passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so, er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Haha! Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Das ist nicht Hass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles war voller Blut. Wieso hast du Ich-Leber an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei ein Nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe, damit ich gerettet werde. RA9, das stammt an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen, ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. RA9? Wer ist RA9? Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Seit wann empfindest du Emotion? Früher hatte er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Ich bin fertig. Dann classification habe ich ihn. Ich bin fertig. Chris, schließ ihn ein. Na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an. Was zur Hölle machst du da? Weg mit ihm! Okay. Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Die Wahrheit ist innen. Verstüge. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Bitte,